André Hunko ist Mitglied des Bundestages und im Parlament der Haarischen Verfassung des Europarates. Er ist lange für die Linke im Bundestag aktiv gewesen, nun für das Bündnis Sarah Wagenknecht. Wir begrüßen ihn ganz herzlich. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Potsdamerinnen und Potsdamer, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung hier zu diesem vorgezogenen Ostermarsch nach Potsdam. War auch sehr interessant für mich, diesen historischen Ort eben zu erleben, wo Karl Liebknecht aufgefordert wurde, gegen die Kriegskredite zu steben. Ich bin ja ein tiefster Wessi, sage ich immer. Ich komme aus Aachen und für mich ist das halt wirklich auch sehr, sehr interessant. Also nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung hier. Du hast es eben gesagt, dass ich bin Mitglied des Bundestages. Ich bin einer der zehn Abgeordneten, die sich entschieden haben, ein neues Projekt zu starten, und das sogenannte Bündnis Sarah Wagenknecht für Vernunft und Gerechtigkeit. Und die Kriegsfrage ist dabei eine zentrale Frage, warum wir uns hier versuchen, sozusagen ein neues Projekt aufzubauen. Ich will... Aber wir leben ja an Kriegszeiten gegenwärtig. Und Kriegszeiten sind auch Zeiten der Entmenschlichung. Wir sehen das in der Berichterstattung, nicht nur im Ukraine-Russland-Krieg, sondern auch, vor allen Dingen auch im Gaza, was dort an Entmenschlichung auch stattfindet. Ich erspare mir jetzt die Zitate, die es dort in dem Kontext gegeben hat. Und weil wir eine Entmenschlichung erleben, will ich einfach mal auch appellieren, dass wir immer menschlich bleiben in diesen Zeiten. Und deshalb vor dem Hintergrund, dass gestern in Moskau ein Terroranschlag stattgefunden hat, mit mindestens 115 Toten, Menschen, die ein Konzert besuchen wollten, ein Rockkonzert durch Terroristen, mindestens 115 Tote, mindestens 145 Verletzte, will ich vielleicht ein paar, einen kurzen Augenblick, auch meine Anteilnahme mit den Angehörigen und den Opfern zum Ausdruck bringen, durch ein paar Sekunden der Stille. Und ich will eine weitere Sache, vielen Dank dafür. Ich möchte eine weitere Sache ansprechen. Morgen ist der 24. März 2024. Es ist der 25. Jahrestag der Bombardierung der Bundesrepublik Jugoslawiens. Und auch daran sollten wir hier erinnern, weil neben dem Ergebnis dieses Krieges, neben dem Leid der 3000 Toten und Zerstörung der Infrastruktur und letztlich wahrscheinlich auch Zerstörung der Staatlichkeit der ehemaligen Bundesrepublik Jugoslawiens, neben all diesen Sachen, und zwar ein völkerrechtswidriger Krieg, wie ja Gerhard Schröder selbst rückblickend zugestanden hat, neben dieser Sache ist dieser Krieg, wie auch die folgenden Kriege, die gekommen sind, 2001 in Afghanistan, 2003 im Irak und ganz besonders 2011 in Libyen, auch ein Element, das dazu geführt hat, dass die Entwicklung in Russland die Entwicklung genommen hat, die sie genommen hat. Weil solche Völkerrechtsverstöße, die auf der einen Seite stattgefunden haben, führen natürlich auf der anderen Seite auch zu entsprechenden Reaktionen. Und deswegen ist es mir ein Bedürfnis, nochmal an diesen Krieg 1999 zu erinnern und auch nochmal im Nachhinein, ich habe damals auch auf der Straße gestanden, im Nachhinein zu sagen, das war völlig falsch, hier mit der NATO 76 Tage die Bundesrepublik Jugoslawien zu bombardieren. Um über den jetzigen Krieg in der Ukraine zu sprechen, da haben ja auch Wolfram Adolfi und Kai Kleinwächter eben schon einiges zugesagt. Ich will nicht alles wiederholen, ich will auch nicht alle die Forderungen wiederholen, die eben vorgetragen worden sind, sondern nur sagen, dass ich die alle vollständig teile. Aber um auf diesen Krieg und die Eskalation zu sprechen zu kommen, in dem wir erleben, und wir erleben, sind ja in einer Zeit, wo ich manchmal den Eindruck habe, im Bundestag, auch im Europarat, auch in den Berichten, die ich dann jetzt vom Europäischen Rat der EU bekommen habe, ich habe den Eindruck, dass hier viele in einer Kriegspsychose im Augenblick sind, die haben wirklich teilweise den Verstand verloren. Und wir müssen alles tun, um diesen Irrsinn, diesen galoppierenden Irrsinn zu stoppen. Und wenn ich an die letzten Bundestagsdebatten denke, es ist ja schlimm genug, was wir sozusagen hier von der Ampel erfahren, vor allen Dingen von den Strack-Zimmermanns und Kiesewetters und so weiter. Aber wenn ich mir die Debatten da anschaue und mir anschaue, dass ein Friedrich Merz zweimal hintereinander mit einem Antrag und einer namentlichen Abstimmung versucht hat, den Druck aufzubauen, Taurus-Raketen zu liefern an die Ukraine, wissentlich nicht nur, dass diese Lieferung den Kriegseintritt immer näher bringt Deutschlands, sondern auch, dass diese Lieferung selbst die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands in Frage stellen würde, weil es nicht, da gibt es nicht so unendlich viele, wie soll ich das ausdrücken, nicht so unendlich viele Menschen, die das bedienen können und Apparate, weil wegen der Geolokalisierung die notwendig ist dafür. Wissentlich all dessen versucht hier, diese Lieferung durchzusetzen, kann ich nur sagen, ich bin froh, dass wenigstens diese Eskalation nicht gelungen ist, dass mehr aus der Fraktion der CDU, CSU dagegen gestimmt haben, als dann Leute von der Ampel zugestimmt haben. Das ist erstmal gut so und das ist vor allen Dingen deshalb gut, weil zwei Drittel der Bevölkerung gegen diese weitere Eskalationen sind nach allen Umfragen und dafür ein großes Dankeschön, dass hier auch die Menschen langsam in diesem Lande aufwachen. Aber das Erschreckendste, da hat auch Wolfram Adolfi vorhin noch mal darauf hingewiesen, was nach dem 24. Februar, nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, den wir alle verurteilt haben, den wir alle für falsch halten, dass die einzige Reaktion war, Eskalation und Aufrüstung auf der Gegenseite. Drei Tage später hier die Rede zur Zeitenwende vom Bundeskanzler Scholz. Ich war auch da, das war ein Sonntag. Und vor allen Dingen, dass die Idee der Diplomatie und der Entspannung vollständig entsorgt worden ist, das finde ich das Erschreckendste. Und wir brauchen dringend Initiativen in Richtung Diplomatie und nicht weitere Eskalation in diesem furchtbaren Krieg. Und ich weiß, wie schwer das ist, wenn ich das sage, ich war jetzt am Dienstag bei der Phoenix-Runde, dann wird immer gesagt, ja, der Putin will ja gar nicht verhandeln. Diplomatie, ich weiß ja, dass das schwer ist. Und nur Diplomatie braucht ja überhaupt erst mal Sondierungen, also Vorgespräche und so weiter, alles in diese Richtung. Und all das findet nicht statt. Und es gibt international eben sehr viele Kräfte, die Vorschläge machen. Wie zuletzt China. China hat, nachdem Macron diesen unsäglichen Vorstoß gemacht hat, in Frankreich, der auch von allen Parteien, anderen Parteien, außer seiner eigenen, in Frankreich abgelegt wird, möglicherweise Soldaten, Soldaten, französische Soldaten, NATO-Soldaten, in die Ukraine zu schicken. Und daraufhin hat China zum Beispiel wieder erneut mit einem Vorschlag reagiert, für eine dringend notwendige Friedenskonferenz mit Beteiligung beider Seiten und mit Sicherheitsgarantien am Ende für beide Seiten. Solche Initiativen, und die gibt es viele, Lula versucht immer wieder einen Friedensklub aufzubauen. Es fahren sogar afrikanische Präsidenten nach Kiew und nach Moskau im Versuch zu vermitteln. Und auch der Papst hat sich ja entsprechend geäußert. Und ich finde es unerträglich, wie der Papst hier auch delegitimiert wurde. Ich bin kein katholischer Christ, aber das war ein vernünftiger Vorstoß und er wird hier durch den Kakao gezogen. Er sei ein Putin-Knecht und so weiter. Ich finde all das unerträglich. Und ich finde, dass solche Initiativen, die ich wie ich sie eben erwähnt habe, eben nicht weiter ignoriert werden sollten, sondern auch von deutscher Seite unterstützt werden sollten, weil dann hast du eine internationale Gemengelage, wenn du Bricks-Staaten, wenn du Teile des globalen Südens, wenn du China in einem Boot hast, das auf Frieden drängt, dann ist in der Tat auch die Chance auf Verhandlungen größer. Wir brauchen Verhandlungen, Verhandlungen, Diplomatie und nicht eine weitere Eskalation. Das ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft, die ich zu diesem Krieg hier loswerden möchte. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Es finden heute in der Slowakei Präsidentschaftswahlen statt. Und es gibt selten eine Präsidentschaftswahl, die so sehr im Kontext dessen, was ich gerade gesagt habe, steht, wie die jetzt in der Slowakei. Der Sozialdemokrat Pellegrini ist ein entschiedener Vertreter der Verhandlungsoption, der Diplomatie. Ihr wisst, in der Slowakei hat der Regierungschef Fizzo die Waffenlieferungen gestoppt. Das ist möglich. Er hat das gemacht. Die Slowakei liefert keine Waffen mehr nach der Parlamentswahl. Dafür auch einen großen Applaus an Robert Fizzo. Und heute ist die Präsidentschaftswahl und der Kandidat, der sozialdemokratische Kandidat Pellegrini spricht sich eben für diese Linie aus und sein Gegenkandidat ganz radikal für das Gegenteil. Also das wird sehr, sehr spannend. Ich wünsche, dass heute Abend auch der Friedenskurs in der Slowakei gestärkt wird. Aber ein paar Worte noch zu dem anderen furchtbaren Krieg, den wir gerade erleben. Über 30.000 meist Zivilisten, Frauen und Kinder sind mittlerweile im Gaza gestorben. Es gibt sehr, sehr gute Gründe dafür, dass Südafrika eine Klage beim Internationalen Gerichtshof eingereicht hat, wegen des Verdachts auf Völkermord und die Klage auch sehr gut begründet hat. Und ich zolle auch meinen Respekt hier gegenüber Südafrika, dass sie das gemacht haben. Und der Gerichtshof hat ja auch die Klage nicht vom Tisch gewischt. Und das Verfahren läuft noch. Aber ich finde es unglaublich, wenn man sich die Bilder anschaut und ich finde es ungeheuerlich und ich werde dazu noch ein bisschen was sagen, was die deutsche Rolle in diesem Krieg ist. Aber vielleicht noch ein paar Worte zu den Bildern. Ich habe vor wenigen Tagen dieses Video gesehen, wie Drohnen fünf Zivilisten sozusagen abknipsen, wahrscheinlich programmiert mit künstlicher Intelligenz fünf Zivilisten ähnlich wie dieses Video Collateral Murder aus dem Irak 2007, nur dass da eben keine Menschen mehr in den Hubschraubern sitzen, sondern dass das möglicherweise einprogrammiert war und wie die fünf auch dann als sie verletzt waren bombardiert worden sind. Das geht ja gerade überall rum, wahrscheinlich kennt ihr dieses Video. Und ich will egal was man vielleicht denkt über den Konflikt in Nahost zwischen Israel und Palästina auf das hinweisen, was Edward Snowden dazu geschrieben hat, erinnert euch Edward Snowden, der Whistleblower, der jetzt in Russland lebt, weil er sonst von den USA wahrscheinlich lebenslänglich eingebuchtet werden würde. Und er schrieb auch, egal was man über den Konflikt denkt, die Gefahr, dass das, was ihr da seht, unsere Zukunft ist. Unsere Zukunft, das mit künstlicher Intelligenz Drohnen programmiert werden, die dann in irgendeinem Kontext auch Zivilisten oder überhaupt Menschen abschießen können. Diese Gefahr ist real und auch das ist ein Grund dafür, dass wir diese Kriege, die gegenwärtig passieren, dringend beenden müssen, denn sonst gehen wir wirklich in eine dystopische Zukunft. Und hat das eben angesprochen zur Rolle Deutschlands nach dem furchtbaren Massaker am 7. Oktober. Es war Deutschland, die deutsche Außenpolitik, die unmittelbar danach beim europäischen Ratsgipfel die Forderung nach einem Waffenstillstand, das ging ja schon einige Wochen dann, das war einige Wochen nach dem 7. Oktober, die Forderung nach einem Seasfire, nach einem Waffenstillstand aus der Vorlage der damals spanischen Ratspräsidentschaft gestrichen hat und die nicht einmal bereit war, eine humanitäre Pause, die Forderung nach einer humanitären Pause in die Resolution zu schreiben, sondern es hieß dann humanitäre Pausen, was auch etwas ganz anderes ist, das heißt ja, dass ständig weiter bombardiert werden kann und da mal kurz wieder gestoppt wird und so weiter. Und so zieht sich das fort, auch bei allen UN-Generalversammlungen, wo eine große Mehrheit der Staatengemeinschaft einen Waffenstillstand gefordert hat, ein Stopp dieser Situation in Gaza hat Deutschland, auch wenn die Mehrheit der europäischen Staaten, wenn Frankreich, Spanien, Belgien und so weiter zugestimmt haben, auch dort hat Deutschland nicht zugestimmt dieser Forderung und jetzt gab es vor wenigen Stunden eigentlich gestern Abend die Forderung im UN-Sicherheitsrat da ist Deutschland jetzt nicht vertreten, aber da gab es die Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand und dann haben die USA aus dieser Forderung nach einem Waffenstillstand gemacht, dass ein Waffenstillstand erforderlich sei und deshalb die diplomatischen Initiativen in Klammern der USA zu unterstützen sei das ist keine Forderung nach einem Waffenstillstand und deswegen haben Algerien, China und Russland dagegen gestimmt aber hier in den Medien wird das so dargestellt das ist völlig irre es wird so dargestellt als ob China und Russland gegen einen Waffenstillstand waren sie waren nur gegen die Aufweichung dieser Forderung wir sagen ganz klar es muss einen Waffenstillstand geben und vor allen Dingen muss die Bundesregierung die Waffenlieferungen stoppen an Israel die sich im letzten Jahr verzehnfacht haben das ist unsere Forderung die wir auch im Bundestag vortragen und und wie ihr vielleicht auch mitbekommen habt hat Nicaragua auch beim internationalen Gerichtshof eine Klage jetzt gegen Deutschland eingereicht wegen Beihilfe zum Völkermord und wegen den Waffenlieferungen die ich gerade angesprochen habe und wegen der Einstellung der Gelder für das Palästinenser Flüchtlingshilfswerk UNWRA diese Verhandlung wird am 8.9. April in Den Haag beginnen ich glaube das sollten wir sehr aufmerksam verfolgen ich kann nur sagen auch hier sollte die deutsche Außenpolitik sich den Kräften anschließen international die für ein Ende dieses Krieges eintreten für ein Ende auch der Besatzung in Palästina für eine Lösung des Konfliktes und nicht einseitig auf der Seite einer rechtsradikalen israelischen Regierung stehen und zum Schluss vielleicht zu Julian Assange weil das gehört auch hierhin am 11. April ist der fünfte Jahrestag der Inhaftierung von Julian Assange in einem Hochsicherheitsgefängnis in Belmarsh in London in einer sechs Quadratmeter großen Zelle wo der UN-Sonderberichterstatter für Folter Nils Melzer gesagt hat hier handelt es sich auch um Folter und ich war vor wenigen Wochen bei der Anhörung in London im High Court und ich finde es unglaublich wenn ich mir die Argumente der Verteidiger von Julian Assange nochmal vergegenwärtige wie sie dargelegt haben dass es einen Mordversuch von der Spitze der USA gegeben hat von Mike Bombay in Zusammenarbeit mit dem CIA dass er das rechtsstaatlich rechtsstaatliche und internationale Rechtsverpflichtungen vielfach in dem Kontext gebrochen worden sind und dass Julian Assange immer noch dort im Gefängnis sitzt finde ich unerträglich und ich finde wir müssen unbedingt auch diese Freilassung von Julian Assange fordern er muss sofort freigelassen werden und es ist nicht nur eine Frage der Medienfreiheit die ist es auch maßgeblich und es ist nicht nur eine Frage des persönlichen Schicksals von Julian Assange sondern es geht auch um die Frage Krieg und Frieden dabei weil er gesagt hat if wars can be started by lies wenn Kriege mit Lügen begonnen werden können peace can be started by truth dann kann der Frieden mit der Wahrheit beginnen und deswegen geht es eben auch darum bei dieser Auseinandersetzung um Julian Assange ob überhaupt in Zukunft Menschen wie er Journalisten wie er in der Lage sind Wahrheiten zu veröffentlichen wenn mächtige Staaten sie verheimlichen wollen und das ist in der Regel immer der Fall wenn es um Krieg und Frieden geht und auch deshalb sage ich hier zum Abschluss Freiheit für Julian Assange vielen Dank für die Aufmerksamkeit Woh!